In diesem Video erkläre ich Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie die Kennlinie Ihrer Heizung anpassen können. Zu Beginn befinden Sie sich auf dem Home-Screen. Von dort aus gelangen Sie ins Hauptmenü, indem Sie rechts unten das Zahnrädchen anklicken. Im Hauptmenü blättern Sie, bis der Menüpunkt Kennlinien erscheint. Diesen Menüpunkt ausgewählt, öffnet sich Ihnen ein neues Fenster, in welchem Sie auf Kennlinie bearbeiten klicken. Im nächsten Schritt können Sie nun die Vorlauftemperatur anpassen. Klicken Sie auf die Temperatur, löschen Sie die derzeitige Einstellung und geben Sie die gewünschte Temperatur ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Die Einstellungen Fußpunkt und maximaler Vorlauf können nur von einem Hoval-Fachmann angepasst werden. Bestätigen Sie Ihre Einstellungen noch einmal mit OK. Die neuen Einstellungen wurden nun übernommen. Über den Retour-Button gelangen Sie wieder zurück auf den Home-Screen. Sie haben die Kennlinie Ihrer Heizung erfolgreich angepasst.